ARD Text im Auftrag von Funk Mario Trailer. Oh, das sieht aber krass aus. Ne, so vom Standbild schon. Lass mal rein, Digga. Boah, heftig animiert was. Ich präsentiere den mächtigen König der Koopas. Boah, das, ey, das ist aber schon eigentlich ziemlich überfällig, wenn man so darüber nachdenkt. Ich meine, Mario kennt jeder, Digga. Jeder kennt Mario. Man hätte schon viel länger was aus diesem ganzen Universum machen müssen, oder? Ich präsentiere den mächtigen König der Koopas. Echt krass aus. Öffnet das Tor! Diese Stimme, Digga. Ich hab mit einer ganz anderen Stimme gerechnet. Aber werde ich auch safe gucken. Weiß ich jetzt schon. Ich meine, ich guck allgemein gerne diese ganzen, äh, so allgemein Animationsfilme. Alleine wegen meiner Tochter, ne? Die ist acht Jahre, ist perfekte Zielgruppe für diese Minions. Diesen neuen Minions-Teil im Kino geguckt, ne? Obwohl mich das nicht mal besonders interessiert hat. Aber alleine schon für die Kleine. So, deswegen bin ich allgemein schon in so einem, äh, Animationsfilm-Vibe. Und das ist natürlich ein perfekter Film, um den auch mit der Kleinen zu gucken, ne? Die kennt Mario ja auch. Er hat auch schon, ähm, hier, äh, Mario Odyssey und so alles durchgezockt. Also, ähm, mega. Hier. Wer waren die... Digger, das sieht aus wie Herr der Ringe für Kinder, Digger. Die epischen Schlachten sind back. Das war nur ein Vorgeschmack auf unsern Zaun. Ergebt ihr euch. Das tue ich nicht. Boah, sieht aber echt krass aus. Sieht wirklich krass aus. Ich hab ihn endlich gefunden. Und wer soll mich aufhalten? It's a me, Mario! Yeah! Geil. Boah, es sieht gut aus, Digger. Es sieht wirklich gut aus. Ich glaube, es ist auch überschwer. Es ist auch überschwer, so eine übelst bekannte Spielemarke gut zu animieren. Dass es natürlich wirkt oder so, ne? Dass es einfach geil kommt, aber es ist super. Also, es sieht wirklich klasse aus. Was ist das für ein Ort? Mach dir nicht an, sonst bist du tot! Oh, tut mir leid. Hehe, der ist absolut ungefährlich. Komm mit, Mario! Pilz-Killzeit! Ey, das wird mega! Wir kommen! Ey, das wird geil. Das sieht wirklich krass aus. Sieht wirklich krass aus, ne? Ich hab schon damit gerechnet, dass das nice wird, weil ich hab ja schon ein bisschen gelesen, dass die Leute im Chat gehypt waren oder sind. Aber das sieht wirklich krass aus, Digger. Das sieht wirklich nice aus. Werde ich auf jeden Fall gucken. Wahrscheinlich sogar im Kino. Mit der Kleinen zusammen. Schatzi, hast du's gesehen? Wenn nicht, zeig ich ihr später noch, wenn sie's gerade nicht mitbekommen hat. Aber das werden wir uns safe im Kino angucken. Sieht mega nice aus. So, alleine schon optisch, ne? Es ist echt heftig. So episch irgendwie. Ich sag mal so. Aus Mario hätte man schon viel länger was, äh, viel mehr machen können, oder? So, ich mein Mario, Digger. So, gibt es eine bekanntere Spielfigur als Mario? Ich glaube nicht, oder? Ist doch wahrscheinlich das bekannteste Spielgenre, oder? Oder Spiel, äh, Spielmarke oder so. Oder Spielcharakter. So, da ist im Gespräch seit 2012. Krass. Auf jeden Fall deutlich besser als... Ja, z.B. diese Real-Life-Sonic, so. Keine Ahnung, ob das so ne geile Idee ist, überhaupt solche, solche Spielfiguren in die echte Welt zu bringen, so. Mag Ausnahmen geben, in denen es gut gemacht ist. Aber ich glaube, das ist oft schon zum Scheitern verurteilt, ne? Ich hätte halt gedacht so, Mario kennt einfach jeder Mensch der Welt. Jeder Mensch der Welt kennt Mario. Safe kann man aus Mario weitaus mehr machen, ne?